Ich, Erzengel Michael, der Beschützer und Krieger des Lichts, nehme dich nun mutig an die Hand, um dir zu helfen, die Fesseln der Angst zu durchbrechen. Du stehst nicht alleine da in deinem Kampf gegen die Angst. Ich bin hier, um dich zu stärken und zu beschützen, auf jedem Schritt deines Weges. Angst ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Daseins, ein Signal unseres Körpers und unserer Psyche, das uns vor Gefahren warnen soll. Doch wenn Angst dich lähmt und dich daran hindert, dein volles Potenzial zu leben, dann ist es Zeit, tiefer zu schauen und Wege zu finden, wie du es überwinden kannst. Mit meiner Hilfe wirst du lernen, wie du deine Ängste verstehst und transformierst, damit sie dich nicht länger beherrschen. Als erstes möchte ich, dass du die Quellen deiner Angst erkennst. Wir werden gemeinsam in die Tiefen deiner Seele tauchen, um die Wurzeln deiner Furcht zu entdecken. Dies kann schmerzhaft sein, aber es ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Freiheit. Ich werde dich beschützen und stützen, während du diese innere Arbeit leistest. Dann ist es wichtig, dass du beginnst, deine Gedanken neu auszurichten. Ich helfe dir, negative und angstbesetzte Gedanken durch solche der Kraft, des Mutes und des Vertrauens zu ersetzen. Jedes Mal, wenn ein Angstgedanke aufkommt, werde ich da sein, um ihn mit einem Lichtstrahl der göttlichen Wahrheit zu durchdringen, der dir zeigt, dass du stärker bist als deine Angst. Ich ermutige dich auch, kleine Schritte zu unternehmen, die dich deinen Ängsten stellen lassen. Diese Schritte können zunächst klein sein, wie das Sprechen vor einer kleinen Gruppe, wenn du Angst vor öffentlichen Auftritten hast, oder das alleinige Verlassen des Hauses, wenn du Angst vor Isolation hast. Mit jedem Schritt, den du unternimmst, wirst du mehr Vertrauen und Stärke aufbauen und ich werde an deiner Seite sein, um dich zu unterstützen. Darüber hinaus ist es hilfreich, regelmäßige Praktiken wie Meditation oder Gebet zu etablieren, um deinen Geist zu beruhigen und dich mit dem Göttlichen zu verbinden. Diese spirituellen Übungen ermöglichen es dir, über die unmittelbare Erfahrung der Angst hinauszugehen und einen Zustand des Friedens und der Sicherheit zu finden, indem ich, Erzengel Michael, dir meine schützende Energie sende. Schließlich lade ich dich ein, die Liebe und Unterstützung von Menschen um dich herum anzunehmen. Du bist nicht allein auf deinem Weg und die Liebe deiner Familie und Freunde kann eine mächtige Kraft gegen die Angst sein. Ich werde dafür sorgen, dass diejenigen, die dir nahestehen, ebenfalls von meiner Stärke und meinem Schutz profitieren, sodass ihr gemeinsam wachsen und gedeihen könnt. Mit meiner Hilfe, Erzengel Michael, wirst du lernen, deine Angst zu überwinden und ein Leben voller Mut, Freiheit und göttlichem Vertrauen zu führen. Vertrau auf meine Führung und lass dich von meiner unerschütterlichen Kraft tragen. Gemeinsam werden wir die Dunkelheit der Angst durchbrechen und in ein helles Licht der Hoffnung und Zuversicht treten.